In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie man Gutscheine für Megamarche kaufen kann. Schritt 1. Kauf von Megamarche-Gutscheinen im Ultima Store. Gehen Sie zu globalultimastore.com und melden Sie sich an, indem Sie auf Sign-In klicken. Suchen Sie nach Megamarche in der Liste der verfügbaren Gutscheine und klicken Sie auf Buy Now. Füllen Sie im neuen Fenster alle erforderlichen Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Use This Address. Wählen Sie dann die Zahlungsmethode Cashback Points und klicken Sie auf die Schaltfläche Place Order. Das Fenster des SmartPay-Zahlungssystems wird geöffnet. Klicken Sie auf Yeah, I want that, um die Zahlung zu bestätigen. Fertig. Sie haben das Produkt bezahlt. Dies wird Ihnen auf dem Bildschirm angezeigt. Um zum Ultima Store zurückzukehren, klicken Sie auf Continue Shopping. Wählen Sie nun My Account in der oberen rechten Ecke. Klicken Sie im linken Menü auf My Orders. Wählen Sie auf der Seite der Bestellungen die Option Completed. Erfolgreich abgeschlossene Bestellungen. Hier sehen Sie alle gekauften Gutscheine. Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um die Details Ihres Gutscheins zu sehen. Sie sehen die Art des gekauften Gutscheins, das Datum der Bestellung, die Menge und den Wert. Um die Gutscheine selbst auf der Megamarche-Seite zu bezahlen, klicken Sie auf My Vouchers. Daraufhin wird die Liste der Gutscheine geöffnet, die Sie durch Klicken auf den Pfeil auf der linken Seite erweitern können. Um einen Aktivierungscode zu erhalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Get Voucher. Ein Gutscheincode wird dann in der Spalte Vouchercode angezeigt. Kopieren Sie ihn. Sie können den Gutschein auch im PDF-Format herunterladen, indem Sie auf das Kopiersymbol in der Spalte Action klicken. Der nächste Gutschein wird in 30 Tagen verfügbar sein. Sie können den gekauften Gutschein sofort auf der Webseite von Megamarche einlösen, um die Waren zu bezahlen. Schritt 2 Verwendung von Megamarche-Gutscheinen Gehen Sie zur Megamarche-Website und melden Sie sich an, indem Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Jetzt anmelden klicken. Gehen Sie zur Hauptseite und wählen Sie das Produkt aus, an dem Sie interessiert sind, indem Sie auf das Platzhandsymbol in der unteren rechten Ecke der Produktkarte klicken. Auf der rechten Seite des Bildschirms öffnet sich ein Warenkorb mit dem vorläufigen Kaufpreis. Nachdem Sie Ihre Produktauswahl abgeschlossen haben, klicken Sie unten im Warenkorb auf Bestellen. Geben Sie im sich öffnenden Fenster Ihre für die Bestellung erforderlichen Daten ein und klicken Sie auf Weiter zu Zustellung und Service. Wählen Sie eine Versandart und klicken Sie auf Weiter zur Zahlungsmethode. Wählen Sie im nächsten Fenster eine Zahlungsmethode aus und klicken Sie auf Weiter zur Bestellübersicht. Als nächstes öffnet sich eine Seite, auf der Sie Ihren Gutscheincode im Bereich Aktions- und Rabattcodes eingeben können. Geben Sie den Code ein und klicken Sie auf Einlösen. Bestätigen Sie anschließend Ihr Einverständnis mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken Sie auf Jetzt bezahlen. Fertig. Sie haben erfolgreich mit Hilfe des Gutscheins eingekauft.